Im Moment stehe ich hier in Calamior, genau am Strand. Wie du schon gesagt hast, es ist leer, es gibt ein paar Spaziergänger, denn man darf wieder Sport machen und man darf auch wieder spazieren gehen. Aber wann es jetzt letztendlich eine Saison geben kann und wie die vielleicht aussehen soll, ist zurzeit noch unklar. Haben die Hotelbetreiber, haben die Gastronomen diese Saison schon abgeschrieben oder hoffen Sie, dass da noch was geht auf Mallorca? Naja, sie hoffen natürlich alle noch auf eine Saison, wenn auch eine späte Saison. Es haben derzeit schon seit dem 11. Mai ein paar Hotels geöffnet. Zurzeit gibt es drei Hotels auf Mallorca. Am Wochenende soll noch ein viertes Hotel dazukommen. Allerdings sind die erst mal nur für Geschäftsleute eröffnet worden.